Wenn du kein iPhone hast, hast du auch nicht den App Store. Also hast du nicht die weltgrößte Auswahl an Apps, die sich so einfach finden und so einfach gleich auf dein Telefon runterladen lassen. So, dass es fast alles sein kann. Zum Beispiel eine Bordkarte. Oder fast alles machen kann. Zum Beispiel zeigen, was in deinem Essen drin ist. Der App Store. Wieder eine Sache mehr, der ein iPhone zu einem iPhone macht. Der App Store.